Hallo und willkommen zum heutigen Continuum mit dem Max, dem Flo und dem Stefan. Hallo. 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 Alle noch. So. Wir sind immer noch am... Keine kurze Pause gehabt. ...überleben. Immer noch alle am Harzen, genau. Habt ihr recht hier gehabt. Also kann man die Spider-Refs nicht abbauen? Nee, also mit dem Holzschwer zumindest nicht. Dann müssen wir warten, bis es dunkel ist, dass wir vielleicht die Spinnen erwischen. Weil ich bin, äh, da noch eine G-Box dran gemacht hat. Das wird auf jeden Fall die Zeit noch ein bisschen verringern. Weil das hat eine halbe Stunde gedauert. Jetzt dauert es noch sechs Minuten. Der Controller fertig. Controller? Controller? Alles klar. So, sind wir denen die... Wer hat denn hier so ein blödes Loch hingebaut? Hilfe! Was soll ich auch was ab? Was ist denn das für ein Gerät? Was ist denn das für ein Gerät? Was ist denn bitte ein... ein Stone-Kammer? Arno, hast du schon geist? Ja, ihr habt ja irgendwas ins Wasser geschmissen. Das hab ich wieder rausgefischt. Ey, ich will ja nichts sagen, aber ich kriege ein paar Kirschen mit. Hast du denn ganz... Echt? Ein paar Kirschen? Wir müssen mal gucken, ob wir uns vielleicht einen Kirschbaum züchten können. Ich würde jetzt langsam mal sagen, ich kümmere mich jetzt langsam mal ein bisschen hier um. Ich bring ein paar viele Kirschen mit. Ein paar viele Kirschen? Ja, ich hab einen Kirschbaum gut geblühten, Alter. Alles klar. Ich bräuchte die ganz mal einen auf den Sack. Äh, Stefan? Hm, bitte. Hä? Hast du schon, äh, noch andere Pattern gemacht? Äh, nein, wie denn? Das ist nur das, was in diesen Pattern drin ist. Ach, nee, das hab ich nicht gesehen. Ja, passt schon. Mehr wollte ich ja gar nicht. Oh, der Dunkel. Also kann einer schlafen gehen, dann ist alles wieder hell oder so. Ja. Weil, nee, schlafen ist auch keine gute Idee. Boah, das bin ich wohl ins Bein. Ja, deswegen. Das Spitzhacken-Ding und das Ding. Okay, also. Ähm, packen wir das wieder da rein. Oh, nee, das glätten nicht. Nein, 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 nein. Ähm, hm, 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 hm. Das da. Genau. So. Einmal das und das. Aua, jetzt hab ich fest zwei gebaut, ich bin dumm. Ja, dazu sagen wir nichts. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. Aber, nein, nie nur Kopfschluss. Jawohl. Durability 16, willst du nicht verarschen, alter? Ja, die haben das so angepasst halt, das ist halt nur bei dem Backpack so, dass es ein bisschen Hardcore lastig ist. Boah, 16. Aber ich gehe so schnell Level ab. Jawohl. Ich habe 160 Kirschen mitgebracht. Ein Dorflein. Ein Dorf? Ja. Wo? Boah. Du bist ja Stefan nicht mal auf der Karte, Alter. Wieso bist du eigentlich unterwegs, Alter? Du sollst dir zu Hause das Zeug zusammencraften. Ich bin wieder ohne Sachen. Mir bringt dir doch schon alles. Ich darf doch auch mal einen Ausflug machen. Nö. Äh, nee. Du kommst sofort wieder zurück. Ja. Punkt 12.30 Uhr bist du zu Hause. So, Hausrest. Der Junge kommt nirgendwo mal hin hier, her, so, bitte, hier, her, so. Da ist Dorf. Da ist Dorf. Da ist Dorf. Nächstes Ewel. Als ob ich nach Koordinaten irgendwas finde. Noch 2,5 Minuten. Easy, räumen das Ding gleich aus und machen das ohne ihn fertig. Möhren. Möhren? Bring alles mit. Schwachfeln. Ja, bring alles mit. Ich habe, oh, ich habe einen Apfel. Ja, wie gesagt, ich habe ein paar Kirschen. Ja, ich gebe alles Max, der ist das Essen zuständig. Okay, hier. Ja, irgendwie, hängt bei mir weiter. Okay, du hast das Game verlassen. Robberseeds. Okay, ich wollte dir nur Kirschen geben, nicht, dass du das Game verlässt. Ja, dann ist mein Game abgeschmiert. Ja, aber ist das ein Fail. Ja, du hast... Ich kann halt hier gerade keine Kiste oder so bauen. Das kann doch eine Schmelze sein, oder haben wir jetzt einen Fail reingemacht. Was? Das wäre jetzt das, wenn du jetzt eine ganze Schmelze findest. Fail hier. Alter, guck mal ins Wasser. Das sind gerade einfach zwei Skelette ineinander gespawnt. Da muss doch unten drunter irgendein Skelett-Spawner sein. Schau mal, hier hast du eine Kirsche. Und hier auch. Au. Hä, du sagst Hallo? Ich nehme auch kurz deine Bücher mit. Oh, oh. Ähm. Ich habe dir das Leben gerettet. Aua, 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 aua. Gleich ist er wieder zu Hause. Ich mache den Abgang hier. Oh, gleich ist das Weltlory-Controller fertig. Der Kunden zählen runter. 40, 39. Oh Gott. Oh, Alter. Okay, der war nicht gut. Oh, das ist 200 Meter. So ungefähr fast entfernt. Oh, oh. Oh, hau ab, Alter. Das sind die Vieche voll aggro, Alter. Achtung, hinter dir. Eieiei, die Schäden auf. Oh, ist sie nett. Oh, da hinten sehe ich einen Sachsen. Noch Station. Endlich kann man wieder alles quachen. Oh, das ist schon wieder kaputt. Das gibt es ja gar nicht. Nein, kann man schlafen gehen? Ja, das hätte man eigentlich schon der ganze Zeit machen können. Ja, hätten wir. Warum sollten wir ja auch gehen, also bitte. Höh. Dann bohrt euren Kran selber. Wir haben ja schon den Controller hier. Und den Rest? Das schaffen wir auch noch. Wir haben ja dich. Für euch brauche ich nichts. Ich brauche nur noch für mich. Auf jeden Fall schon mal locker flockig hier. Ah, du kommst mit dem Boot? Oder was? Ich muss ein bisschen ausweichen. Du kommst mit dem Boot? In der einen Chester ist dieser Controller drin. Ich habe mir überlegt, wie ich jetzt hier die Bude hinbaue, Alter. Da willst du die ganze Zeit Open Air wohnen, oder was? Ja klar. Wäre eine Möglichkeit, aber... Ich glaube, Buden bauen ist für Futter zuständig. Nee. Für das Farmen und so. Und für die Diamanten zuständig. Ja, der ist sonst nicht. Oh nee, das wollte ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe vor allem das Stone Karma. Deshalb halte ich... Kannst du das Schaden machen? Alter, ich hab Roller. Äh, hier wollte ich eigentlich die Smeltery hinsetzen. Nee, 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 nee. Hey. Hallo? Hallo? Wollte ich die Smeltery hinsetzen? Achso. Eigentlich nicht. Nur Stefan. Ja, ich kann ja... Da drüben, wo ich... Da drüben, wo ich... Da drüben, wo ich bauen wollte, kann ich ja nicht bauen. Das hier aber Spawn Protection. Äh, tut mir leid. Wenn du jetzt zum Beispiel in diese Richtung guckst, dort hinten... Äh, ist halt die... Ist das kleine... Wie ist da hinten? Okay. Ja, ich kann jetzt höchstens hier oben... Hier oben alles einnehmen. Hümmel halt. Dann halte ich dran. Hier bauen wir auch mal noch eine Kiste hin. Boah, ist da hier oben doch. Oder so. Welche Katastlenkombi kann ich denn gucken, was ich da daraus bauen kann? Ich weiß nicht, ja. Auf U. U. Alter, ich bau unbedingt... Ich bau unbedingt... Na, ich kann nur... Na, ich kann nur... Nicht... Ne Kerze kann ich draus bauen. Ich hab mir einer... Ich hab mir jetzt so ne... So ne... Tingers Construct aus... Aus... Steinen gemacht. Die hau ich jetzt weg, Alter. Das ist... Das geht gar nicht. Sechzehn Haltbarkeit, dann kannst du sie wegschmeißen. Denn ich dance mit der Gänse. Äh, ja. Okay? Ja. Hier. Oh, 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 oh. Du... Warum hat die Stone X hier 120... Ah, ich könnte ja... Wir haben doch Papier. Jooh. Ehre? Hallo, Max. Hallo, buddy. Sob hier. Hallo. Hallo. Da kann man... Das... Das Bein Ding aus dem... Aus dem Papier machen, oder? Und ich dance mit die Gänse. So. So ist es. Gut. Schön, dass du da bist. Oh, lol. Das reicht nicht. Ich brauche noch ein Papier mehr. Warte, ich habe noch drei. Ja, warte mal. Ich versuche mal den Stick aus Papier zu machen. Stick aus Papier. Ja, ich brauche wirklich... Hm. So, das ist das. Und jetzt brauche ich noch das Bein Ding. Warum... Warum ist hier noch keine Quests erfüllt worden, Mann? Heller gehen hier. Alter, diese komische Fliege... Fisch... User entered your channel. Arsch... Ding ist immer noch. User... Oh. User left your channel. Okay. Die Priester. Ich glaube, der ist Menschenschall. Ich habe ein Problem. Ich komme nicht an meinen... Fingern. Das ist weil irgendwas Unsichtbares mich haut. Oder Kameras. So ganz blaue, ganz kleine... Äh... Ja, das sind die Bienen, Buddy. Hier unten in der Biene. Als ob die so klein sind. Ja, ja. Ja, klar. Aua, Aua. Achso, das heißt quasi, die Durability ist abhängig von dem... Von dem Binding, was du hast, oder was? Mit den Sachen hast du halt, ähm... Ja, mit dem... Mit dem Wooden Binding komme ich jetzt auf 15. Hallo. Hast du deine Sachen? Ja, ja. Oh. Wie ich umsonst hier runtergelaufen. Hallo, Find? Ne, ne? Hallo. Und was kriege ich aus dem Stone Binding raus? Bom, 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 bom. Durability 20. Ich kriege trotzdem was plus Durability 15. Warum? Weil Kopfschmerzen haben. Ja, irgendwie... Ich hab Kopfschmerzen. Ja. Das Handy halt irgendwie halt halt... Irgendwie verändert halt. Hallo. Soll ich da mal einen Diamanten raufbetteln? Nein! Oko. So. Das sind jetzt nicht... Ach der aber. Da gibt ja einen Alme-Spitzwackle. Dann let's go! Achtso, so! Wir finden je ne truly noch. Das war mein Diamant! Jetzt ist her weg, Junge. Jetzt hab' ich ne... Hier, jetzt hab' ich ne... ne... Peanut Axt mit Diamant... Oh. Entschuldigung! Das war keine Absicht! ich geh dir warten suchen gute reise können noch zwei gebrauchen die passen noch drauf ich habe hier kirchen und äpfel ich habe hier kirche und äpfel also ja gut ich habe aber keine eisenspitzhaken das heißt ich kann keine dämonen abhauen okay die kannst du mir doch oben wenn du mich wieder schlag ich wollte was geben und wieder kopf anschlagen und los geht's burke gibt es ja wenn man drauf möglich das war irgendwie wireless kraft bingw do wrongCOB fades Jetpack, Refined Storage, RF-Tools, Quark Misc. Was ist ein Z? Drück mir immer auf Z, bitte. Oh, Excavation. Das ist ein größerer Inventar, hä? Dann siehst du ein volles Inventar. Was du alles dabei hast. Ich habe dieses Buch nicht mehr. Was soll ich erzählen? Achievements, du bist weg. Flo. Ja, spiel mal Atmen und gib ihm nur eins. Kann man aber craften. Echt? Ja, aber aus Kakaobohnen. Gib ihm jetzt mal eins und fertig. Ja, ich gebe dir gleich eins, Max. Brauchst du ja gerade nicht, oder? Was? Sobald ich oben bin. Mine Together? Open Friend List? Ich bin Speed. Control-M. Ohr-Ohr-Excavation. Aber warum? Was soll ich machen? Mit Y. Aber warum geht das gerade nicht? Oder geht das echt nur mit Ohrs? Wo kann ich noch mal gucken, was ich so auf meinen... Oh, Redstone. Was du was machen kannst, Patti? Hallo? Hi. Ja, du hast gerade was angefangen, oder hast du nicht weitergemacht? Äh... Wo sehe ich, was ich so auf meine Spitzhack oder so draufpacken kann? Äh, in dem Tinkers Constructs Buch gedöns da... Wo... Also, ein Diamant, äh, gibt 500 Haltbarkeit. Ich brauche einen Poker. Emerald gibt es auch nochmal 500 Haltbarkeit. Da brauche ich einen. Also, Lapis gibt ja auch irgendwas, glaube ich. Lapis gibt... Äh, Geschwindigkeit. Äh, Lack. Oder Lack, ja. Lack? Dann kann ich jemandem Lack geben. Nett... Was für ein Lack gesoffen, oder was? Ha! Haha! Hehehehe. Ah, da habe ich jetzt aber gelacht. Niii... Was willst du über so ein Lack? Hehehehe... Oh, ich suche hier den Mann, okay. Ich mache gerade noch ein bisschen... bisschen Licht hier oben. Werde nichts. Ach, du bringst Licht ins Dunkle. Ja, ha, ha, ha! Hehehehe. Oh, Männer. Genau. Jetzt wird es aber langsam ganz schön flach hier. Hehehehe. Au. Sag, wie denn Karma? Ja. So ungefähr. Er hat Karma? Ja, ein bisschen. Was bringt Redstone nochmal? Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, dann bring ich auch Redstone mit. Wieso denken die eigentlich alle in... 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 Multiplayer... bei... Multipli... Hehehehe. Ne, aber denkt halt nicht in Verbesserungen. was ist denn klar? Warum sagst du nix, Alter? Ich habe leider nicht mal meine Schaufel, ich habe die irgendwo hingepackt. Jetzt haben wir was gesagt, wir hätten dir da helfen können gleich. Ey, wir hätten wir nicht. Weil du bist halt so beschäftigt mit einer Meinung so. Meine Schaufel ist, Alter. Ja, wir müssen ja meinen, damit wir Sachen farmen. Ein Fuß ein. Ja, und ich habe halt Dinge gemacht. Ich habe halt... Oh lol, hast du viel Saft gemacht. Cool. Easy. Oh, du kriegst sogar Speed drauf. Was ist das? Was ist das? Uh? Ah! Ah! Also Gold nehme ich auch mal. Das war so Clay. Joa, also... Ich muss jetzt mal gucken, ob wir das jetzt zerreicht. Ich denke mal, was ich brauche. Wendung? Ich brauche Kohle. Kohle liegt drin. In den Kisten. Wo? Ja. Wo, wo? In den Kisten. Wo, wo? So, ich würde aber sagen, nichtsdestotrotz würde ich sagen, das war es wieder für heute. Bis bald. Kein, wenn es euch gefallen hat, dann bis morgen. Tschüss. Bitte. Auf Wiedersehen. Tschüss.